Und in diese Höhle schickt der Typ uns rein, oder was? Äh, der spinnt doch. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Das letzte Mal war ein kleiner mieser Cut. Oh, du, 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 ne schöne Haltung hier. Von dem könnten wir uns eigentlich die Waffe nehmen. Da hinten ist unser Vater, da hinten ist Widdick und wir gehen rein. Dad? Nicht so schnell, Mr. Miles. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich mache hier die Ansage. Geben Sie mir den Apfel. Sie wollen ihn? Bitte. Halt! Nein! Ach, du hättest nicht herkommen sollen. Du setzt alles aufs Spiel. Für was? Nur um deinen Vater zu retten? Ja. No. Ja. Es ist noch nicht so. Ja. Ja. Dann wäre da Dweilig gut zu drehen. Okay, das ist krass. Wow. Gibt es das unendlich oft? Ich hoffe es. Wow. Damit, mit diesem einen Apfel, könnte man eigentlich die Weltherrschaft an sich reißen. Das Ende ist nah. Ich würde die Energiequelle anschließen, bevor ich wieder in den Animus steige. Deine Entscheidung. Okay, soll das heißen, das Ende von Assassin's Creed 3 ist nah? Weil das letzte Mal, also vor dieser Aufnahme, warten wir. Hier, lasst mich lügen, 43% durchgespielt. Und deshalb habe ich mir gedacht, oh Gott, es wird ja noch eine halbe Ewigkeit gehen hier. Aber anscheinend ist das Ende neu. Okay. Das verwirrt mich jetzt ein kleines bisschen, aber naja. Aber naja. Achso, jetzt hier rüber und jetzt... Achso, wir müssen da gar nicht... Wir müssen da auch nach links. Und dann erfahren wir weiteres über die... Ich glaube, den Fehler habe ich das erste Mal schon gemacht, als ich hier... Als ich hier herumgeklettert bin. So, runter. Ähm... So. Hier rüber. Eins, zwei und hopp. Hier hoch. Was ist das eigentlich für ein Material, das da ist? Dieses gelb-porant-schimmernde, wenn ich... Wenn das mal jemand weiß, oder jemand eine Vermutung hat, ab in die Kommentare. Damit. So. Hier drüben. Hier rüber. Na. Da runter. Und die Ecke hoch. Okay. Da vorhin ist es. Da vorhin ist es. So, wie kam ich jetzt hier auf dem schnellsten Weg wieder zurück? Ich würde mal sagen, so. Okay. Schauen wir mal, was da hinten los ist. Ich bereue, dass du dich nicht in die Absergo-Server gehackt hast, als du da warst. Ein paar wohlplatzierte Relais und wir würden in Daten schwimmen. Wir haben, was wir brauchen. Bis auf den Schlüssel. Wir sind nah dran. Woher weißt du das? Einfach so. Einfach so. Okay, wir haben den Schlüssel aber noch nicht. Den müssen wir durch Connor. Wir kommen. So. Und deshalb gehen wir auch wieder zurück in den Animus. Na. Hallo. Beliebige Toste drücken. Die Zielgerade, Desmond. Ich kann es fühlen. Das Kriegsglück wendet sich. Die Loyalisten ziehen sich vor den vorrückenden Patrioten zurück. Ihre Kontrolle über das Land wird jeden Tag schwächer. Die Templer dagegen werden immer stärker. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist. Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich liebens entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Und somit auf Frieden. Dave & Poor's Siedlung, 1781. Connor? Er verlangt nach dir. Hallo, Connor. Komm schon. Deine Trauer hilft mir auch nicht mehr als die Suppen und Tränke dieser Narren. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Das selbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk. Und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn die Träutung ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht so viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Conor, ich kam so schnell ich konnte. Bringst du gute Nachrichten? Der Count de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß, was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Kommander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George. Und das liegt selbst. Mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das vor. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen. Charles Lee finden und zum Schweigen bringen. Das ist der Plan. Okay, wir haben noch eine Siedlungsmission hier drinnen. Ich werde es erst noch, bevor wir zum endgültigen Schlag ausholen, werde ich noch ein paar Siedlungsmissionen machen, also ein paar Nebenmissionen machen. Weil das Let's Play scheint sich dem Ende zuzuneigen. und neigen. Connor, komm mit mir nach oben. Soll ich etwas suchen, das vielleicht dorthin passt? Keine Heile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Wie du willst. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Okay, mit Norris über einen Sprengstoff reden. Okay. Wir wollen was in die Luft herhaken. So. Oh je, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir bei Norris sind. 450 Meter. Naja. Ich dachte, das geht jetzt noch viel länger. Ehrlich gesagt. Ja. Ich dachte eigentlich, weil ich meine, AC2 ging ja, boah, wie lange ging das? 78 Folgen. Und ich meine, jetzt sind wir in Folge 53. Also, ja gut, okay, man muss auch sagen, ich habe hier recht viele halbstündige Folgen und so. Und daher sind viele Sachen, dadurch habe ich ein paar weniger Folgen. Aber ich dachte echt, das geht jetzt noch eine ganze Weile. Also, ich meine, als ich heute vor der Spielsession angefangen habe, da waren das 34% voll. äh, also 34% abgeschlossen vom Spiel. Na gut, da sind auch die ganzen Nebenmissionen dabei und so weiter, aber trotzdem. Aber trotzdem, ich dachte eigentlich, das geht jetzt noch eine ganze Weile. Aber ich bin mal gespannt, wie viel es am Ende werden. So. Wieder hoch. Anscheinend müssen wir da ekelig wieder runter. So, wo ist der Norris? Das ist der Lynx. Das ist der Lynx. So. Hallo, Norris. Horris, ich muss etwas holen für den alten Mann und er sagte, es müssten erst Felsen beseitigt werden. Ja. Ich werde Sprengstoff mitbringen. Ah, okay. Er wird Sprengstoff mitbringen. Okay, und wir folgen ihm jetzt einfach zur Hülle. Wir haben zwar keine Ahnung, wo diese Hülle ist. Sicher keine von den üblichen Kolonisten. Aber er anscheinend schon. So, ich weiß, wo ist diese Hülle. Verdammt. Und vor allem, wir dürfen dann diese Kiste, die 400 Meter, wieder zurückschleppen, ne? Na, geil. Ich kann uns verreckt nicht rein. Oh. Oh. Ach so. Okay, wir müssen drauf schießen. Okay, was ist in dieser Hülle drin? Warum? Gott, wie lang ist die denn? Wow. Okay, das war... krass knapp. Äh, wir müssen hier mal schnell durch. Ich... My friends. Äh, diese Hälfte voller Wasser? Na, geil. Äh, links oder rechts? Links oder rechts? Links. Gehen wir links. hoffentlich war das jetzt richtig. So. Äh, ach so. Oh, hinten ist der hoch. Oh. Erst hier rüber, würde ich sagen, und dann... So, dort... ...wahahahaha. Wow. Knapp. Oh Gott, jetzt schloss. Es schloss knapp. Äh. Na. Na, geil. Hat der uns den Schlüssel nicht mitgegeben dafür? So. Jetzt ist wahrscheinlich nichts drin, hm? Was war... Was war da jetzt drin? Aus der Höhle entkommen, bevor es ihn zusammenbringt. Oh Gott. Ah. So, hoch da. Hoch. Ah. Ah, das war knapp. Okay. Jetzt den ganzen Scheiß wieder zurück, oder was? Okay. Also den ganzen Weg wieder zurück. Ah ja, komm, mach, 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 mach. Jungens. Und in diese Höhle schickt der Typ uns rein, oder was? Äh, er spinnt doch. Oh. Okay, außenrum. Außenrum. Oh. Oh. Geh durch. 56 Sekunden. Na, das sollten wir schaffen. Davon ist der Ausgang. Und. Yes. Yes. Das war's. Das war knapp. Ja, das war richtig knapp. So. Den Fuchs hätten wir und den Fuchs häuten wir. So. Also jetzt geht's zurück zu dem Mann. Wartet. Wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch. Was ist nicht verfügbar? Alter. Wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch noch ein bisschen, wir haben doch noch ein bisschen Fell mitnehmen und so. Das macht ja keinem was aus. So. Also 400 Meter. Ich frag mich, was da drin war. Es hat nach irgendeiner Klinge vorne ausgeschaut. Als wäre da irgendeine Klinge, aber... Wer weiß. Wer weiß. So, her hoch. Na, komm. Hier rüber. Ähm. Und ich sag mal so. Ich glaube aber, wenn wir den Schlüssel haben, da kommt noch einiges. Ich glaube, da kommt noch einiges danach. Ja, oder ein bisschen, einiges bisschen, was ich weiß es nicht. Weil ich weiß, dass da noch was passiert. Ich weiß, dass da noch etwas passiert. Weil ich ja Assassin's Creed 4 schon gesehen habe. Daher weiß ich, dass hier noch etwas passiert in diesem Spiel. Das... Na, oder obwohl. Vielleicht passiert es aber erst in Liberation. Das kann natürlich sein, dass das erst in Liberation passiert. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Na. Ah, also... Na, geh da runter. Hier rein. Ah, so. Der Herr ist unten. So. Ja. Nach unten hier. Ich hab' was du wolltest. Aber ich muss wissen, wer's dorthin gebracht hat und wozu. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lange her. Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Der in die Kolonien kam. Wessen? Äh, wessen Ding ist es? Das wäre jetzt die... Das ist jetzt die Frage. Wem gehört das Ding? Weil das... Das erste Assassine hätte ich gedacht. Altair. Aber Altair war ja auch gar nicht der erste Assassine. Das war sozusagen der erste Meister-Assassine eigentlich. Na, aber wem hat das gehört? Das würde mich jetzt interessieren. Hm. So ein Scheiß. Da unten ist noch nicht... Ach du Scheiße. Dann müssten wir da runter. Und da wäre die Hauptmission. Ähm, aber wir gehen in der nächsten Folge... Äh, zum Hafenmeister. Da kann ich jetzt nochmal schnell hingehen. Und dann werden wir ein bisschen was anderes machen. Aber noch nicht die Hauptmission. Wir werden jetzt erstmal die einzelnen Nebenmissionen abklappern. Und dann danach die Hauptmissionen erledigen. Also, bis dann. Tschüss. Und dann? Ausatmen. Tschüss. Euer. Eina 질문. F prophetic. Tja. Vielen Dank.